Guten Morgen! Tee oder Kaffee? Pop oder Top? Hot oder Flop? Machen oder lieber lassen? Vanille, Schokolade, Pfirsich, Joghurt, Banane? Bauch oder Kopf? Wahrheit oder Pflicht? Bist du jemand, der gerne teilt? Oder auch mal um Hilfe bittet? Wer willst du sein? Wie willst du dein Leben leben? Mit wem willst du zusammen sein? Und für wie lange? Grau oder grün? Zu jung oder zu cool? Eingreifen oder raushalten? Würdest du fragen, ob alles in Ordnung ist? Würdest du wissen, was zu tun ist? Unsere Entscheidungen machen uns aus. Manche triffst du mit dem Herz, manche mit dem Kopf. Nicht alle sind wegweisend. Diese schon.